Eure Wings Flug nach Wien Wings Flug nach Wien Möge Eure Wings Flug Passenger sind aufmerksam, dass außerhalb der speziell gesetzten Areas, Smoking ist nicht vermittelt in diesen Eure Wings Flug Eure Wings Flug Liebe Gäste, einen wunderbaren guten Morgen und herzlich willkommen auf diesen Eurowings-Flug nach Wien. Wir haben heute leider ein bisschen Rückenwind, also mein Gegenwind. Das heißt, wir werden heute 4 Stunden und 45 Minuten nach Wien fliegen. Gerne möchte ich Ihnen daher auch meine Crew vorstellen. Im hinteren Bereich haben wir Nadja und Eliska. Hier vorne Elia mit mir. Mein Name ist Michael Simen und zusammen wünschen wir Ihnen einen angenehmen Flug. Gerne die Optik aus Marfons und Tablets auch weiterhin benutzen, solange diesen Flug um uns gestattet ist. Und falls eines elektronischen Gerät heiß wird oder zu rauchen beginnt, möchten wir Sie bitten, uns gleich zu informieren. Jetzt lehnen Sie sich zurück und genießen Sie diesen Flug mit uns. Ladies and Gentleman, dear Guests, are very well welcome on the Eurowings-Flight to Vienna. The flight time today will be 4 hours and 45 minutes. Please feel free to use all smartphones and tablets as long as in the flight mode. My name is Michaela Simen and together with Nadja, Eliska and Elia. I wish you a very pleasant flight of us. Thank you. Liebe Gäste, wir werden Sie nun momentan die Sicherheitsvorkehrungen dieses Airbus A23 vertraut machen und bieten mehr Aufmerksamkeit. Dear Guests, we ask for your attention as we demonstrate the safety features of this Airbus A320. Wir zeigen Ihnen zunächst, wie Sie Ihren Sicherheitsgurt schließen und wieder öffnen können. Your seatbelt is fastened and unfastened like this. Dieses Flugzeug verfügt über acht deutlich gekennzeichnete Notausgänge, die mit Dutschen ausgestattet sind. Zwei Türen im vorderen Bereich, vier über den Tragflächen und zwei im hinteren Bereich der Kabine. Fluchtwegmarkierungen am Boden führen Sie direkt zu den gekennzeichneten Ausgängen. Fluchtwegmarkierungen am Boden führen Sie direkt zu den markten Ausgängen. All exits are a good news line, zwei doors in the front, vier über den Wings und zu den reeren Teil des Kabinen. Fluchtwegmarkierungen am Boden führen Sie direkt zu den markten Ausgängen. In event of a decompression, oxygen mask will drop to the panel above view. Evo Crew, please prepare for departure. Fluchtwegmarkierungen am Boden führen Sie direkt zu den markten Ausgängen. Untertitelung des ZDF Fluchgäste Fluchgäste Hadellas Hadellas Wir sehen uns beim nächsten Mal, wie wir uns aufhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR und die Toilette können nicht benutzt werden, danke! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Liebe Gäste, herzlich willkommen in Weißen Wien. Wir sind pünktlich gelandet und wir möchten Sie bitten, noch so lange angeschnallt sitzen zu bleiben, bis die Anschnallzeichen über Ihnen erloschen sind. Wir bedanken uns, dass Sie heute Gäste der Eurowings waren und wir hoffen, Sie haben sich sicher und wohl gefühlt bei uns. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Danke und auf Wiedersehen. Dear guests, welcome to Vienna. We have landed on time and we kindly ask you to remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt signs above you have been switched off. We would like to thank you for choosing your rates for today's flight and we hope you enjoyed the journey with us. Now we wish you a very pleasant evening. Thank you and goodbye. So cruel, there is the park. I'm waiting. Thank you. Thank you. Thank you. Vielen Dank für's Zuschauen.